Wenn's in Datteln aus dem Schwarzbau raucht, was wird dann wohl verbrannt? Es ist Kohle aus der ganzen Welt, Absender unbekannt. Ob Adani in Australien, Giftkohle aus Russland, Trumps wie Kohle, Sitte, Sohle, aus Kolumbien, Blutkohle. Wer's nicht sagen will oder kann, sagt einfach Kohle aus Rotterdam. Fragt man Juniper, wo kommt das her? Kohle aus Rotterdam, geht's vielleicht noch was genauerer als Kohle aus Rotterdam. Wenn der Kohleausstieg falsch rumläuft mit Kohle aus Rotterdam. Scheiß aufs Klima, Unternehmer, Datteln 4 läuft doch echt prima. Wer den Mund nicht halten kann, sagt einfach Kohle aus Rotterdam. Ich glaube, dass es nicht viel bringt, wenn wir uns jetzt über die Definition von 1 zu 1 umsetzen. Den Plan der Kohlekommission setzen wir 1 zu 1 um. Und für die uralten Mühlen gibt es noch Stilllegungsgeld. Die sind zwar längst Schrott und total kaputt, Steuerzahler, was kostet die Welt? In Deutschland stehen die Zechen still, Kohle aus Rotterdam. Wer von Transparenz nix wissen will, sagt Kohle aus Rotterdam. Dieser Herkunftsnachweis ist echt schrill, Kohle aus Rotterdam. Schlechte Presse kann's nicht brauchen, schließlich soll der Schornstein rauchen. Wer sein Image retten will, der verbrennt Kohle aus Rotterdam. Wenn der Klimawandel Flüsse trocknet, schwillt dem Konzernchef der Kamm. Wenn der Kohlekahn auf Grund läuft, voll mit Kohle aus Rotterdam. Die Kanäle alle trocken fallen, von Datteln bis nach Hamm. Fehlt der Nachschub für den Meiler, Sonnenstrom ist einfach geiler. Wenn Adani nicht liefern kann, dann fehlt Kohle aus Rotterdam.